Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, Leute, heute präsentieren wir euch heute die neue 140 von Pico, und zwar genauer gesagt die 140 817-8 mit der Artikelnummer 51756, Wechselstromversion. Ja, das ist halt der Klassiker in den Einheitslokomotiven. Die 140 ist ja ursprünglich erst als Güterzuglokomotive konzipiert worden, war dann später aber auch sehr zahlreich vor Nahverkehrszügen, Eizügen und auch Fernzügen gesehen worden. Wir präsentieren euch heute diese schöne Lokomotive mit fast allen Funktionen und im Nachhinein mit einer typischen Leistung, mit einem Silberling-Wendezug, ungefähr die 70er Jahre. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lokführer, Zug 67894 für Fahrdienstleiter Lokführer, Zug 67894 für Abstellgleis 91 bereit zum Umsetzen auf Zug Lokführer, Zug 67894 für Abstellgleis 91 über 17 auf 21 am Zug verstanden? Verstanden Lokführer, Zug 54126 100 Meter vorziehen Lokführer, Zug 54126 100 Meter vorziehen Verstanden? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.